Ey, mein französischer Austauschste... Also, mein französischer Kollege hat wieder geantwortet. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören einfach direkt rein. Ah, nein, nein. Ich bin gereizt. Ja, ich bin gereizt. Für Franz... Frankreich. Er sagt, ich bin gereizt. Bro, man hört so krank den Google-Übersetzer raus, ne? Und er macht sich über mein Französisch immer lustig.